Es ist soweit, nach dem Pfannkuchenkuchen, den größten Bautieriegel und dem 10 Jahre alten Cheeseburger wird es Zeit für eine neue Herausforderung. Es wird Zeit für die großen Nutella der Welt. Schon als Kind war ich absolut Nutella-verrückt, hab Nutella mit Salami gegessen, was absolut eklig war und hab viele weitere Sachen mit dem Fäller ausprobiert. Nutella und Salzstangen. Es wurde schon fast zur Sucht, wenn ich dann irgendwann so aussah. Aber trotzdem machte ich weiter. Ich probierte Pizza mit Nutella, was absolut eklig war und versuchte sogar, so schnell wie möglich Nutella zu essen. Jo, was meint ihr? Ich probier jetzt mal die ganze Nutella-Glas in einer Mitte zu essen und ich glaub, das schaff ich schon. Vielleicht läuft das nicht zu groß dafür. Mit dem Finger essen. Okay. Aber ich hab's geschafft in einer Mitte, mein ganzes Glas Nutella aufzugessen. Doch nun will ich es wissen. Wo gibt es die großen Nutella der Welt zu finden? Dabei ergibt sich meine Reise mehr als schwierig. Denn in keinem Supermarkt findet man wirklich eine große Nutella. Doch wir haben einen Geheimtipp erhalten, wo es eine riesengroße Nutella geben soll. Und diesen Hinweis sind wir natürlich nachgegangen. Also hier im Internet gibt's einen geheimen Laden, da abends Metro. Und dort soll's laut Insider die großen Nutella der Welt geben. Das ist das Nutella-Paradies. Nutella, soweit das Auge reicht. Und hier finden wir auch die größte Nutella der Welt. 15.000 Kalorien. Ein wahrer Traum für alle Schokolade. Halleluja! 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 Endlich ist Mau glücklich und kann mit seiner neuen Riesenhotella ein erfülltes Leben genießen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Jo Freunde, das war's für dieses Video. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Habt ihr noch eine Idee, was ich mit eurem Riesenhotella machen kann? Ich hab natürlich noch mega viel übrig. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und in diesem Sinne war's was mit dem Video. Ich würde euch mal sagen, macht's gut und bis nächste Woche zu einem neuen Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal!